1.800 Jahre alter Tempel in Tarsus, in dem viele Zivilisationen geboren wurden. Donuktash. Dieser Ort mit Waffen und Lampen aus der Römerzeit ist auch eine Darstellung des Mithras-Glaubens. Einer unter den Menschen erzählten Geschichte zufolge wurde ein Prophet, der zu dieser Zeit lebte, vom Herrscher beleidigt und trat in seinem Palast. Der Palast dreht sich um und fällt an den Ort, an dem sich heute der Donuktash-Schrein befindet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020